Mein Name ist Christoph Gensler, ich bin der europäische Produktmanager für Schlichten in diesem Unternehmen und das für eine ganze Reihe an Jahren bisher. Die Maschine an sich automatisiert die gesamte Schlichtanwendung von der Aufbereitung bis hin zur Anwendung. Das ist ein ganz großer Fortschritt, gerade im Bereich der Schlichte für den Automobilbus als Beispiel. Das ist insofern vorteilhaft, als die meisten Gießereien nach wie vor ihre Kontrollen basieren auf sehr stark manuell orientierte Kontrollmechanismen. Diese Maschine automatisiert das komplett, das heißt man kann einen deutlich höheren Grad an Genauigkeit, Konsistenz und Reproduzierbarkeit darstellen. Das Besondere an der Maschine ist, dass wir die Dichte über drei unterschiedliche Drucksensoren abbilden. Dadurch erreichen wir eine deutlich höhere Genauigkeit, eine Selbstüberwachung der Maschine und eine Datenaufschreibung, die wir bisher so in unserer Industrie, vor allem in der Kernmacherei, wo Schlichte angewendet wird, so nicht kennen. Besonders da, wo viel Schlichte verwendet wird, ist das interessant und wo die Schlichte durchaus auch dazu neigen kann, Fehler zu verursachen durch nicht korrekte Anwendung. Für die Maschine gibt es darüber hinaus noch zu berichten, dass sie fast maintenance-free ist, das heißt also fast keine Instandhaltung braucht. Wir haben lediglich zwei bewegende Teile an dieser Maschine. Das ist einmal der Mischer, den Sie hinter mir sehen und die Pumpe. Und mehr ist es eigentlich nicht. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert.